Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Soldier und willkommen zurück zu FIFA 14 Pro Club. Natürlich mit dabei der Pojo von AngespielTV, Darmark von Energy Shadow und noch mit im TS, aber nicht mit im Spiel, der Whites. Hallo, hallo. Wie gut gelaunt hat er. Hallo, hallo. Ich habe gerade das als Null gemacht, ich freue mich. Wie war denn gerade deine... hattest du nicht eine Dingensprüfung? Jojo, war richtig gut, 1-0. 1-0? Was? Was für eine Prüfung? Eine Prüfung in Erziehung und Bildung. Ah, und? Die Kinder haben gewonnen. Die Kinder haben gewonnen, genau. Oh, la ballerine. Schön. Oh, Gameface hat er, oder? Die blauen Arten. Die Beine sind so... äh, die Arme sind so rot. Ach, ey. Kein Spieler angewählt bekommen und er legt sich da hin, ey. Von die Scheiße. Muss man wieder vernünftig spielen. Frankenstein. Schön. Jetzt hat Joe vorbei am ersten. Und dann... Zweiten macht er... äh, dann stellt er sich auf den Ball und... Schön, schöne Balleroberung hier. War schon durch. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, zu spät. Nein, ich wollte zudem nach oben, nicht zu dir. Oh. Ich hab ja gesehen, hast du im Abseits. War hier, ich wollte hier zu... Shadow, siehst du, der wäre nämlich nicht im Abseits gewesen. Ja, ich weiß, weil ich das auch... Dann hättet ihr die beiden Sweaty Goal machen können. Ich leg nochmal rüber vom Tor. Ein schwitzendes Tor. Was? Ein schwitzendes Tor. Ja, das... Schreibt's in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es Sweaty Goals ein scheiß Begriff ist. Ja. Ja, alles Leben. Tor ist Tor. Dark Joe. Ja, ich weiß. Ja, weiß er. Er ist davon überzeugt. Ach, was machst du, Pfeiffer, denn? Ich krieg Gelb. Ach, die Gelb ist gut. Ich brauch noch ein paar Gelbe, warte mal, ich guck mal schnell. Äh, wo bin ich denn? Ach, wo ist denn? Gelbe, warte mal hier. Brauchst noch ein paar Gelbe, warum? Äh, Aggressivität plus ein. Rate mal, wie schnell Bocki das hatte. Naja, fünf Spiele. Äh, Breed möchte auch mit dabei sein. Ich lese grad. Im Mobile. Okay, dann ziehen wir den mal rein. Warte, ja. Warte, ich frage noch schnell, wie er genannt werden, ne? Ja, Breed. Okay. Nein, nein, einfach Breed haben wir jetzt eh schon genannt. So, und wir kommen herzlichen... Ja, wie komm, herzlich, ja. Herzlich willkommen in der Aufnahme, Breed. Ja, erst dann. Und du darfst ruhig Schöne sein. Ach, ich auch mich nicht. Machen wir jetzt noch Boki da. Der Boki da und dann wird Boki mitspielen, das wäre doch lustig. Tja, ich bin tot, schon. Ich spiele den Ball so ein bisschen, das man noch nicht braucht. So, Alter, ich muss ja Platz hier. Alter. Alter, das ist so scheiße. Du bist ja fast so gut wie ich, ey. Sorry, Leute. Ich sag dazu nichts mehr. Alter. Da hätte ich kein Bärber gemacht. Wie weit ist das euer Spiel? Äh, 18. Jetzt muss das das Tor sein. Ach, ihr schießt. Ja, ich habe da jetzt noch einen Bärber gemacht. Ja, du bist nicht ich, weil ich bin der Toilett. Ich habe meine Sorgen. Ja, ich kann nach dem Pro-Cup-Spiel sowieso... Ja, mache ich kurz... Ja, war nicht abgefecht. Turnierspiel. Was für ein Turnierspiel? Ich bin gegen die Viertelfinal-Gegner. Ey, ich finde, dass du nie nicht mehr... Nee, ich muss noch gegen Eddie und dann gegen Pflö. Ist das auf der zweiten Seite? Ja, ich finde das auch nicht auf der zweiten. Äh. Ich bin gegen Gepa. Ja, habe ich dir doch schon gesagt. Ja, ich würde trotzdem mal gerne wissen, in irgendeiner Gegner. Ja, Gott. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Was macht der denn? Was ist das denn für ein... Das ist, wenn ich als linker Flügel rumlaufe als Riese. Nein! So, Koppers. Boah, wir sind wieder so... Wir haben wieder die Spieleaufbau, ey. Wie so Taranteln, weiß ich. Ja, es ist ja wieder, weil wir aufnehmen. Ja. Wenn wir nicht aufnehmen, sind wir normalerweise noch schlecht. Ja. Oh, der war schön. Der war aber schön. Den kann man sich einrahmen lassen. Den zeige ich mal in Klingeln. Der kann man aber ruhig mal klatschen. Oh, der hat das Auge. Ich muss kurz abbrechen. Er hat sein Auge. Das muss ich abbrechen. Oh, zieh mir mit. Alter, es gibt nichts Schlimmeres als die NPCs, die von mir gesteuert werden. Ich hätte nicht reinlaufen sollen. Nee. Verschwendete Liebe ist mir, wollte ich schon sagen. Der hättest vielleicht nur ein Ball gekriegt. Ja, aber der kriegst jetzt. Den kriegst du. Joe, das ist dein Ding. Ja, das ist dein Ding. Boah. Immer kleiner dann noch. Ey, wir dead sind nicht drin gewesen. Das wäre auch scheiße. Ein Glück, ey. Aber wir haben einen eiskalten Stürmer da. Ja, wir haben da so einen eiskalten... So ein eiskaltes Frettchen. Ja, ich hab aber aufschießen gedrückt, lustigerweise. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das ist egal, ich bin ehrlich. Ach ey, da hättest du jetzt der Bärber von mir kommen müssen. Der Bärber. Ja. Zoom-Mustert. Was ist das denn? Den hast du mal gut gemacht. Oh, schade. Alter, ich höre mich doppelt. Ja, ich schau. Ich nicht, nicht. Ja, woher kommt zu? Ich bin weggerannt. Alter. Warum kann meiner den Ball gerade so gut dribbeln? Aber wenn er sich um die eigene Achse drehen muss, geht's nicht. Alter, keine Ahnung. Jetzt habe ich auf meine Tastatur gerutzt. Scheißball, Alter. Ich dachte erst, es wäre Eistee, den ich verschüttet hätte. Eistee. Davon will ich jetzt Bild, ein Bild, das ist ein Marstern der Thumbnail. Wie du auf deinen Tastatur gerotzt hast. Nee, habe ich schon weggewählt. Sorry. Nächstes Mal musst du es aufnehmen. Mit Eistee. Mit Eistee. Mit einem Bild von mir, wie ich gerade so rotze. Schöne Spiele. Idee hier. Ja, es gesehen, Zucker. Ja, Zuckerbärber, Alter. Ich weiß, ich bin Zucker. Die wird heiß. Hab schon gespielt. Atemlos. Nee, bitte nicht. Los. Alter. Das sind das. Boah, das Echo, das klang jetzt so wie bei einem Autoscooter. Die sind jetzt geht's los, los, los. Ja, das geht's los, los, los. Ja, das geht's los, 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 los. Los, 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 los. Ja, genau. Ey, der Typ, der das macht das voll crazy. Der Typ, der macht das. Oh, das verstärkt. Das ist auch, alter, der Freizeit ist schon Reus, ne? Ja, der war scheiße. Ich wäre ja reingegangen. Oh, da haben wir Glück. Komm nicht so gut hin. Ey, der eine sah ein bisschen aus wie Boccy mit dem Hahn und... Ja, ne, la, Banarin, halt, ne? Der das Tor gemacht hat. Ach, wir haben ja schon ein Tor. Wann dann das? Ja, das hast du sogar vorgelegt. Scheiße, ey, sorry. Egal, ich hab Ball weggeschossen im Zeitspiel. Wir gehen auch unentschieden. In der Halbzeit können wir ja ein anderes System spielen. Oh. In der Halbzeit können wir ein anderes System spielen. Okay. Blackjack. Spiel lassen. Ja, meint ihr nicht, dass das Sinn macht mit so uns klöpsender... Klöpsen? Wir können noch 4-3-1-2 machen. Mach 4-3-1-2 und stell mich auf ZOM. Dann haben wir einen schnellen Joe und einen... ... Kopfverstärken Shadow und... ... einen Klotz. ... den ich's kann. Ja, du musst ja nicht immer so hart zu dir sein. Was willst du? Du willst... ZM. ZOM. Mach 4-3-1-2. Ach, 4-4-1-2. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Ja, ich hab 2-1 genommen, deswegen. Alter, der Fehler. Kader, René, auf. Der gibt's auch kein ZOM, aber egal. 4-3-1-2? Ja. Da gibt's so ein ZOM. Hä? Hat er mich nicht angezeigt, aber ich hab dich auch einfach auf die mittlere Mittelfeldposition gesetzt. Warte, ich guck mal, was der jetzt hier gemacht hat. Wir spielen einen. 4-3-3 mit Maluda im Sturm. Cool. Weil er sprintet, ey. Oh, Mann. Kannst du mir erzählen, was du gemacht hast? Ja, das kannst du dir in der Aufnahme angucken. Mach mal gleich, wenn du ne ruhige Minute hast. Ja, schau schon jetzt. 4-3-1-2 steht hier. Ist ein Hagen dran. Ja, ist ja schön. Ein Hagen ist immer gut. Kader. Ey, was? Und jetzt bist du... Du immer noch ZM. Ach, ich bin ZM. Ja, und du sollst sie als Stürmer machen. Ich gehöre. Ah, okay. Ah, okay. Ah, das Pech. So jetzt. Ja, das ist können. Das ist scheiße, das ist das Haus. Wie hält er den? Er steht rückwärts zum Tor. Aber er hält den jetzt noch. Jetzt. Aber am Tor vorbei noch. Jetzt. Beifelstoß-Torhazard. Wie geht das denn? Egal. Boah, ich mach wie du mir ne Ecke. Ja. Wenn ihr mal kommt. Nimm auch die, die sich melden. Ja. Ihr kommt richtig gut. Scheiße. Hammer. Ja, jetzt gehen wir aus. Ach, ne, der spielst du mir eigentlich wirklich. Und dann soll ich schon mal das Wochenende sein. Muss ja jetzt auch nicht so sehr, sehr viel. Gar nicht, Punktabzucht wegen Hoeneß. Und Sport. Apropos, Odin, SIF, Leno, Scheiße. Bin denn gut. Bin mir denn gut. Also, ich war ein, der Held, zwei Spiele lang war echt Hammer. So was von überhaupt nicht. Ich hab gestern drei Spiele nach 20 Jahren gebrochen, weil ich 2 nur hinten lag, man wegen zwei Totschüssen. Pff, ja. Bernd Leno, das ist ein Tier, würde ich mal sagen. Ich will den einen, der Held, sonst kauft dem mal nix. Der Held überhaupt nicht mehr, du bist so ein Spack, ey. Ich hol dir einen neuen. Also kurz davor, gestern mein Konkurrenz zu spüren. Ja, was mehr geschrieben. Oh, Mann, Scheiße. Bisschen zu feste. Das ist jetzt wieder doppelt das Echo, Alter. Aber der Laufweg von dir war cool. 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 Held vorbei, ne? Ja, nee, na, Quatsch, mein Ball war zu feste, nicht das, was... Ja, nicht immer am Passgeber. Nein, das lag doch jetzt wirklich am Pass. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Ja. Ja. Ich tu doch mal lieber am Tor. Was? Oh, Mann, fang den, ja, schießt. Cheese? Geiles Schießen. Ja, ich hab gewurft. Käse. Boah, du stehst da hinten, hebst das abseits auf. Oh, 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 das ist gut, das ist gut. Euter. Oh, 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 okay. Wie geil, ne? Also immer 1A. Krieg den noch. Warum habst du nur keinen Fall rückzieher? Weil du nicht einmal... Alter. Oh, oh. Oh, oh. es steht doch kein anderer du läufst sich ja wieder was er wieder Position spiel wie er anstieg der Kau normal in die Flamme in der Nähe normal in die Mitte gestern sich mit dem Knast Tupiang ist oft angegangen und muss eigentlich im Knast deinem Rad alter zu viel Wurst verkauft ne wann er muss nicht warum so ja die Tage ja irgendwann im nächsten Monat wissen wir nicht die Tage auf jeden Fall war er heute im Stadion die haben wir auch gesehen ach der V2 ohne zu verlassen hat er Schuss gesagt? ja warum auch jetzt auch mehr als unnötig ja hat er gesagt er haut gleich ab Alter was ist denn hier? er hat die Auge Alter er hat die Auge was ist denn mit deinem Deutsch? er hat die Auge das habe ich doch jetzt extra gesagt Kerr ja 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 jetzt kommt hier aber die Ecke auf die 17 die kommt nicht schlecht ja flanke geil er will zu mir spielen und schluss geht's mir nicht da den habe ich jetzt zurück zurück nochmal in Flank ey warum köpfe ich da aufs Tor? warum köpfe ich da aufs Tor? weil da nichts anderes mehr ist? komm mal in die Mitte ja ja kann ich den von da aus Joe einspielen ne du kannst einfach in die Mitte köpfen vielleicht das ist etwas ja da läuft da hundertprozentig hängt einer hin anstatt den so der war doch klar als er nicht reingeht genau genau ja ich könnte nur mal so kutsch der hätte noch einen angeschnittenen Kopfhörer mein Lukas ist ja auch scheiße da war heute locken scheiße ja mh Pizza raus ach so ne ich mach ihn einfach nicht uch scheiße also jetzt schon irgendwo und tollen Träger holt er ist schon irgendwo ein kalter Stürmer da muss man ja schon sagen das in der Aufnahme Premiere ja dann dürft ihr jetzt zu zweit spielen ne mhm eine einzelne Spitze 82 ist so ok es geht ja nur hast du überhaupt schon mal alle gespielt Joe? ja find ich sehr mei man weiß ja immer ein wie das funktioniert ja ganz schön dreckig ja mit NPCs auf jeden Fall mach da drauf Migan und jetzt bin ich komplett der einzige hier vorne oder was? Bärler Kopfhörer ach ey die Kripti bewegen sich null ja genau kann er einfach dran vorbeilauf muss niemand in die Defense scheiß sehr schön ihr seid super zusammen da hinten nimm so war doch ok ja ich sag ja nur hast du was vom Kopfball stark gesagt? ne hast du vorhin gesagt erwähnt hol dir einen Torwart raus hab ich doch ne schlusser von 10 Jahren ja ich krieg den doch nicht sofort es sind jetzt 2 die jetzt alle spielen das System hier mal erkennen wann wer den Ball kriegen soll ist ja Tag vorbei ey 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 man kann man auch rot fügen nein kann man nicht ha man stimmt sogar hammer du bist hammer hammer soll ich den bringen? hammer 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 oh scheiße ey das ist wirklich mein eigenes Spiel angewählt ey mit meinem? ne nicht mit meinem ne nicht mit meinem doch nein oh das ist der einzige Kopfball da klar ja einzige ne weil ich genauso groß spiel und du ja und du ja aber wenn wir 2 davon da vorne hätten weeper AH6 Überwachung HC 130 klar der kommt noch andere abseits ja beruhig dich doch man nicht so aggressiv ja was für aggressiv er muss doch nicht in Spielsituation chill doch mal wie so Psychiater oh fuck ja 1 1 tschüss super hammer ey das war Vokal oder? Liga Spiel trotzdem scheiße hammer yeah so aggressivität plus 5 ne quatsch jo danke fürs einschalten wir hoffen natürlich es hat gefallen wie immer vor allem wegen meiner roten Karte ja hammer und ich sag damit bis zum nächsten Mal bei eurem Jojo sojo und tschau se tschüss tschau